Die Regionen sind immer noch Betreiber dieser Straßen, sind auch für die Verkehrssicherheit dieser Straßen zuständig, müssen auch die Konflikte managen, die die Mobilität mit den anderen Nutzungen der Straße und somit der Stadt auszutragen hat. Insofern ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, dass wir das nicht nur einem sich selbst entscheidenden Fahrzeug überlassen, wie es sich durch den Straßenraum bewegt, sondern dass wir hier infrastrukturell das Gesamtsystem mitgestalten.